Semi-rollen! Mit der Hälfte! Ja! Du bist so schnell dafür! Semi-rollen! Hilfe! Nein, ich hab mir auch... Alter, Tisch! ... Und deswegen habe ich dich ja weggekickt. Ich gebe dir einen Tipp. Die Items, zum Beispiel Spikes, musst du immer, wenn du wirklich im Ball drinnen bist. Weil wenn du die davor nutzt, dann sind die nutzlos. Weil dann gehen die weg, wo du gerade mal den Ball eingesammelt hast vielleicht, weil die Gegner den alle rumpicken. Tschüss! Alter. Hä, du hast zweimal Items? Nein. Fünf Sekunden. Ja, aber es geht halt übelst schnell. So bei dem Ball, es geht das übelst scheiße schnell weg. Alter, geht nicht. Nein! Oh, der hat zwei! Oh mein Gott. Alter, nee. Und in dem Moment öffnet er die Spikes. Hat es schon mal gelohnt, dieses Item zu nutzen an ihm. Ja, hier ist der Finger von oben. Oh mein Gott. Alter Nein